Warte, jetzt, jetzt, jetzt. Ja. Das noch kurz ausmachen, wieso? Oh, kommentar. Was zum Fick wird jetzt gewartet? Anscheinend wird er live gewartet. Kannst du schon zuschauen? Ja, ich kann zuschauen. Hallo, Lolo? Ja, ich hör nichts. Kopfhörer, nein. Sehst du was? Ähm, warte. Nein, ich seh nichts. Doch, hör sich was. Warte, du musst nur kurz... Sawat. Nein, ich seh nichts. Doch, hör sich was. Hi, hi, hi. Sawat. Hast du bereit? Hi, hi, hi. Jetzt, ja, man hört's, man hört's. Nein, ich seh du... Oh! Nein. Nein, fuck. Mach bereit. Ich versuche das auf du zu machen. Jupp. Jupp. Ich bin nur ein Dorn. Raff, bereit, so. Wird so geblickt. Gerade bis 2. Oder bis 4. Oh, Level 4 ist schon traurig. Level 25 ist ein bisschen zu viel. Level 4 ist traurig. Kauschuge verkacken? Nee. Weil so viel wie ich gespielt habe, dass ich in 4 Tagen von Season oder 5 wieviel sind. Da ich nur Level 25 bin, dann heißt das was anderes. Ich habe so viel gespielt. Ich muss euch sagen, ich bin immer noch Level 4. Ich habe so viel gespielt. So hart geheult. Ich nicht. So hart gespielt und noch mehr geheult. Und dann habe ich Folgendes herausgefunden. Ich muss noch mehr spielen, das habe ich. Und jetzt bin ich Level 25. Und jetzt bin ich Level 25 und die Scheiße ist schwer. Weil ich habe jetzt eine Mission. Ich muss einen bestimmten Charakter umbringen. Diese Königin da. Königin? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Und aber die Freundin. Wen sag ich hier nochmal? Ich bin geschoben. Sie hat mir gesagt, ich soll in Gruppenkeile gehen. Und die anderen werden es für mich machen. Und das werde ich noch. Ähm, wo landen wir? Ich möchte Teatat. 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 Gut. Teatat. Ja. Rocking. Lassiri. Machewa. 3203. Hip. Coconut. Starker Name. Bum. 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 Ah, Legendär habe ich schon. Let's go. Franzi, ich brauche nur vier Geschenke, die man rumwerfen kann, wollte ich nur kurz sagen. Man kann Geschenke rumwerfen? Ja, diese, ähm, Geschenke und da gibt es halt gute Waffen, die ganze Scheiße. Achso. Okay. Die haben die wieder reingemacht, weil vorne ist jetzt fünf Jahre alt. Wow. Wow. Als ob das so alt ist, ich werde alt, ich merke es. So, ist jemand bei mir gelandet? Nein. Nein. Ah. Fuck. Fallschaden. Fallschaden und ich, best friends. Singles. Brauchst du Hilfe? Nein, nicht wirklich. Ich hole ihn. Singles. Und auf einmal packt er die Waffe raus. Und jetzt warte, ich verblende ihn jetzt bis zum Totschild. Nein, lass es. Haha. Achtung, da kommt sein Step-Row. Nein, er ist nicht. Er ist unten. Pass auf. So macht man es in Russland. Oh mein Gott, du bist so ein Anges. Da. Ja, und er baut. Fand sich viel Spaß. Komm auf zu bauen, du Wichs-Wurke. Wie wärs mit... Du springst nicht auf ihn. Ach. Das ging besser. Haha. Oh. Oh. Ähm. Gehen wir Gegner pushen oder uns um Waffen kümmern? Ja. Gegner pushen. Hör auf die Waffen. Wenn du ne Evo kommst. Ich hör auf die Waffen. Gegner. Ja, ja. Lass einen auch vor Schmittpost machen und die so hart abfacken, bis sie sich Freibolitas gegen nehmen. Nein. Hinter uns, vor uns, über uns, seitlich. Nein, vor uns. Oh warte, falscher Gegner. Ach, Mann. Wo ist der? Hier. Hä? Packer, so ein Paket. So, pass auf. Ja, ja. Das braucht nicht. Weh, du klopfst nicht. Ähm, ich sollte mich heilen. Solltest du? Ich kassiere den Snipe. Dann beweg dich nicht. Oh, meine Mutter ist wieder daheim. Super. Oh ja. Mein Gott. Alter, reif mir deine Mutter schlimm. Vater, du nicht Maske aufziehen. Maske runter. Du bekommst keine Luft. Sag mal, danke. Oh, mein Bruder hat immer zwei Kopfhörern, statt wie ich eins. Weißt du, weil mein linker hängt jetzt... Dann sagt man deine Mutter wieder schön groß für mich. Werd ich. Perfekt. Äh, die... Die linke Kopfhörer hängt jetzt hinter mein Ohr und das funktioniert sowieso nicht. Das linke. Mein Bruder hat irgendwas dran gemacht. Oh, es gibt wieder diese komischen Dinge hier. Ja, ich hatte es wieder gern. Und... Au! Sag mal, danke, ich hab dich gerade vor Gegner gewarnt. Jetzt sagen wir mal Danke. Danke. Immer gern. Und ähm... Mein Älter halt einfach nix. Das triggert mich, das triggert meine Mutter. Oh, vor allem nicht. Warte, 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 bleib mal so, bleib mal so. Warte, warte, bleib mal so, warte, warte, warte. Scheiße, bist du der Mode. Fuck. Ich find die Emotes nicht. Ja. Ja. Du kannst damit laufen, das weißt du. Oh. Ja, egal. Oha, voll geil. Was? Was? Dass man damit laufen kann. Man kann voll viele laufen. Hier, bitte. Warte. Ich kann... Okay, damit geht's. Okay, der ist geil. Ich will den haben. Komm mal her. Ich kassiere den. Nein. Nö. Fuck. Okay. Okay, da sind Gegner. Irgendwo. Ich will Gegner pushen. Hier sind Geschenke. Oha, ich brauche Küken. Ich brauche... Ah. Boah, wie diese Donuts am Freitag. Nein. Doch, die waren so saftig. We don't talk about these Donuts. So delicious. Hab ihn. So vergiftet. So delicious. Vergiftet. Delicious. Ich hab' gesagt, vergiftet. Dann bleibst du aus. So ist doch klar. Die waren so geiler. Nein. Wir haben mehr Kuchen als Donuts. Warte. Ich hab' den Kill. Ich brauch' den Kill. Du bekommst den Kill nicht. Wie bekommst den? Okay, du kannst die haben. Ich hab' dich geil. Ich mein' jetzt meine Waffe. Ich brauch' nur kurz ein bisschen. Ich hab' jetzt meine Waffe. Ist meine Waffe blau. Ja. Warte, ich hab' zwei Kills. Ich hab' fans. Ich weiß nicht, wo sind die Kills. Rechts. Rechts. Rechts hab' ich sieben Kills. Nein. Links. Du hast zwei Kills. Wir zusammen. Haben. Kills. Das ist recht. Das Ding ist früher als es reingemacht wurde. Die Scheiße hat überhaupt nicht geklappt. Wir werden zum Beispiel zwei Kills aber eigentlich wieder da zum Beispiel 15 stehen. Die Runde hat grad gestartet. Weißt du? So wird's dann auch sehen. Okay. Du hast einen Schlüssel. Eins. Hast du eins? Nein. 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 Warum wird das so dunkel? Warum wird das so dunkel? Ey. Ich mein' das war's seit Anfang gespielt so. Ja oder weniger. Achso. Frage. Ich hab' ich geschickt, dass sie am Scheißen ist, weil sie ruhig bei ihres Lebens hat. Nein. Natürlich nicht. Ähm. Warte. Ich hab' gesagt, dass es ihr echt nicht gut geht, dass sie mich angerufen hat und mir einfach erbrochen hat. Ah, sie machte The Walking Dead nach. Macht Sinn. Macht Sinn. Naja, The Walking Dead ist eh Pirschen. No. Ich bin eine Freundschaft, The Walking Dead ist geil. Nein. Ich hab' viel keil was gesehen, ehrlich gesagt. Aber Orange is the New Black ist geil. Nein. Doch. Das ist... Hoff. Vor allem mit Alex. Nein. Mit Piper. Nein. Nein. Ja, aber nein. Ceres, ne? Warte, warte. Wenn du zwischen Piper und Alex wählen könntest, den würdest du nehmen. Ja, Piper. Ach, perfekte. Ich nehm' Alex. Ich hab' alles leidin. Jetzt komm. Aber so Alex als beste Freundin in Alter, das ist also witzig. Oh, The Underwriter. Ja, Mann. Fake, die Mission. Ich will diesen Rahmen so kommen. Bring es um. Bring es um, bring es um. Dies, und. Wieso hab' ich dir es entgegen genommen, verdammt. Fuck. Weißen, was. Weißen, was bei mir los war, wieso ich die SES im Gegend haben. Ich weiß nicht, was bei mir los war, dass ich die SES im Gegend habe und weg ist der. Ha, ich komm' hier nicht hoch. So. Hier ist Loot Shop. Ich weiß. Schieß. Schieß weiter. Schieß bis du nicht mehr kannst. Warte, ich muss warten, dass dieses Ding ins Nachgeladen hat. Schieß weiter. Jetzt war's. Juni nicht. So, Mann. Bei Gott, ne, mir ist so kalt, aber um Heizung anzumachen, dann muss ich mich auch dafür prostituieren. Und? 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 Ne, ich prostituier mich nicht. Oh. Vergesst es. Mach 10. Ich muss nach der, nach der, äh, so zwei Uhr noch kurz pennen. Boah, kannst du mir Donuts mitbringen? Nein. Ach, bitte. Wahnsinn. So ein kleiner Donut drin. Die Scheiße ist von einer Linie. Egal, die war trotzdem geil. Nicht von Penny. Niiiig. Egal, die war trotzdem geil. Ich hab da voll Lust drauf. Die Scheiße ist wahrscheinlich... Vor allem mit dieser blauen Glasur. Die Scheiße, Franzi, die Scheiße ist wahrscheinlich aus dem zweiten Weltkrieg. Seit dann wurde's, äh, geworfen. Egal, egal ob das abgelaufen ist. Das ist auch auf Proben gefallen und ich hab's trotzdem gegessen. Scheiße, Mann. Fakten. Fakten. Schlimme Fakten. Mhm. Fakten. Fakten. Fakten klar. Es ist eben nicht. Gott sei Dank ist es mir nah. DDS war DDS. Drei Sekunden Regeln. Du hast... Du hast... Du hast... Ja, Franzi, ich schwör. Du... Bei dir ist es die 2 Minuten Sekunden. Bei dir sind die Pentagons. Du... Du willst ein... Du willst ein Gebäude essen. Ich mein, ich soll nicht mal anfangen. Ja, ich weiß, du in Schule rein auf geht's. Let's go. DDS war DDS bis in Schule abpassen. Was ich schwör. Ich schwör. Das ist nicht schwör. Woher hast du dieses... DDS war DDS? Keine Ahnung. Du hast... Du hast dich dann wie... Wie... Wie ein italienischer Koch. DDS war DDS. 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 Gott sei Dank ist es nicht was es ist. Weil es ist nämlich nichts. uuuowaa.. u喂u uaa... komplett vergessen dass es pizza gibt.... Oh Pizza wär geil. Na mo! Ich hatte heute Nachricht. 將kuchen Guten Mission Wave Du hast mir nichts abgegeben. Nein. Es gibt wieder Pizza im Game? Ja. Weil diese alten Zeiten irgendwie mit Pizza... Und jetzt gibt's einen dritten Zuschauer. Paul. Nur wenn, mit Hoffnung, Ren. Aber Kylo Ren hat einen kleinen... Weg noch. Warte, ich muss hier kurz was machen. Weil ich weiß nicht, wie... Ich sollte hier anscheinend Slide Kick machen, Side Kick oder so. Na ja, mal sehen, was ich schaffe. Ah, das klappt! Warte, komm. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Und... Oh, fuck. Wenn du mir sagst, dass ich in der Zone bin, ich raste aus. Ja, Aktzone. So, ich hab's. Ich hab's. Hopp. Er ist im Baum stecken geblieben. Hinter uns entgegen... Oh, Juin 69.000 Punkte. 69.000 aus irgendeinem Grund. Auf die Brücke, rechts von uns. Ich wollte da abfeuern. Ich wollte. Hä, wo ist er denn? Unten bei den Pilzen. Er hat gerade einen Pilz benutzt. Mit seinem Schwein oder Wolf oder was auch immer der Typ geritten hat. Ich höre ein Auto. Ich weiß nicht, ob er ein Auto hat. Ja. Oh, jetzt wird geschnipped. Jetzt wird aber geschnippt. Geschnippt auf andere Base. 50. Nichts. Auto. 5. Hast du irgendeine... Ja, scheiße. Die haben da hinten flammt. Pass auf. Pass auf. Das Ding ist, bei Apex und Warzone ist es... Ja, komm. Ich hab's drauf. Ich hab's, dass Fortnite diese Blumenmechanik benutzt. Fuck. Überle... Überle... Ich hab's nicht überlebt. So wusste ich, dass er das macht. Für alle dieselben Mann. Alle dieselben. Wo ist er jetzt? Ist er bei dir? Hm, hm. Nichts. Nichts. Das war er. Jetzt weißt du's. Weil er war. Der war leider bei dir. Der ist low. Der ist low. Der ist low. Bro. Was muss ich machen, dass du... Ja. Sorry, Franzi. Der Typ. Der Typ. Der Typ hat irgendwann ein Stück Scheiß. Es tut mir leid, dass du gestorben bist. Rest in Franzi. Sehr viel weiter abgeschossen, Mann. Ich hab... Schlüssel, ich hab alles. Ich kann jetzt alle umbringen. Aber... Natürlich, da hab ich solche Spieler. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Danke. Ich habe keine Lust mehr. Ich habe für sie keine Lust mehr. Na, okay, dann... Forderlich ist schlimm. Fand ich ehrlich gesagt, ich würde dir zu Orson weitergehen. Okay, dann... Ja, gehen Orson. Du schaust da nicht zu, oder? Brauchbar rufen, die Menschen. Nee, du musst nicht, ne? Du musst. Nichts. Nein, alles gut, ich schau zu. Okay, du sagst. Kann ich immerhin noch Englisch nehmen.